Was passiert eigentlich mit deinem ÖH-Beitrag? Mein Name ist Robert Jatschik, der Referent für Bildungspolitik von der BundesöH. Der ÖH-Beitrag ist im Bundesgesetz geregelt und wird nach Hochschülerinnen- und Hochschülerschaftsgesetz 2014 verteilt. Als Studierender zahlst du im Sommersemester 2017 insgesamt 19,20 Euro. Davon sind 18,50 Euro der ÖH-Beitrag und 70 Cent zahlst du für eine Haftpflicht und Unfallversicherung. Diese gilt immer während der Zeit, die du an der Hochschule verbringst, beziehungsweise auch bei Veranstaltungen der ÖH und der Hochschule. Wir schauen uns jetzt an, was mit jedem Euro, den du zahlst, passiert. 16% deines Beitrags gehen an die Bundesvertretung. Wenn du allerdings an einer Fachhochschule, pädagogischen Hochschule oder Privatuniversität studierst, dann sind es nur 5%. Das wären also 16 bzw. 5 Cent. Von den restlichen 84 Cent werden 30% als sogenannter Sockelbeitrag gleichmäßig auf alle Universitätsvertretungen verteilt. Die restlichen 70% werden nach Studierendenanzahl verteilt. Dabei gibt es kleinere Unis, wie zum Beispiel die Akademie der Bildenden Künste oder die Kunstuniversität Linz, wie auch größere, wie die Universität Wien oder die TU Wien. Von jedem Euro, den die Universitätsvertretung an Beiträgen bekommt, geht mindestens 30 Cent direkt an die Studienvertretung und mindestens 10 Cent an die jeweiligen Fakultätsvertretungen. Insgesamt gibt es in Österreich ca. 380.000 Studierende. Davon studieren 300.000 an Universitäten. Jedes Jahr im Juni liegt ein Jahresvoranschlag im Sekretariat bzw. online auf der Website der Bundes- und deiner Hochschulvertretung zur Einsicht aus. Dort siehst du, was mit deinen Beiträgen geplant wird. Am Anfang jedes Kalenderjahres kann man sich auch den Jahresabschluss ansehen, in dem genau aufgelistet ist, wie viel für welchen Zweck ausgegeben wurde.